Hallo Oma und Opa und Gunda und Andreas und Laura und Lukas und Hauke und wer noch zugucken kann, Ingo, Gabi, Philipp, Katharina. Hier sind Sarah und Adina. Sarah ist hier vorne mit dem Lätzchen vorne auf dem Bauch. Und Adina ist schon richtig beweglich. Die rollt und schwingt sich schon ganz schön rum. Sie hat einen Strumpf verloren. Den zieht Julian gerade. Ah, den hat Julian sich auf die Hand gezogen. Hallo Julian. Entschuldigung. Wollen wir mal ein bisschen dichter rangehen?